Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Männer sind alle in Rautow, um die Grenze zu sichern. Los, gehen wir ins Lager und machen uns einen Kaffee. Die Russen sind heute Morgen um sechs Uhr bei Mette Perdi und Rautow über die Grenze marschiert. Unser alter Feind Russland greift unser Heimatland an. Unsere Armee hat den Russen schon mal gezeigt, dass dies kein Spaziergang für sie werden wird. Nicht einen Zentimeter werden wir zurückweichen. Denner, sie kommen! Unsere Verteidigungslinie ist so dünn, dass die verdammten Russen einfach so durchspazieren können. Keiner von uns wird lebend zurückkehren. Und diese Dinger sollen was gegen Panzer ausrichten? Die neue Geheimwaffe. Wir werden da rausgehen und unsere Stellung zurückhauen! ZDF 1. ZDF 2. ZDF 3. ZDF 5 ZDF 6. ZDF 3. ZDF 4. ZDF 5. ZDF 5. ZDF 5. Danke fürs Zuschauen, verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung, wie fandet ihr das Video, lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht das Glöckchen zu aktivieren. Bis zum nächsten Mal.